Du hast doch keine Hobbys Warum? Keine Ahnung Das ist so geil, hä? Ich hab doch gesagt, er setzt Hardy durch Dark und wassit Mal schauen, was das immer für mich macht Was kaufst du denn mit Eve? AP Ich würde mir jetzt noch einen Zauberstab holen Oder oder Den Glücksstorch und dann als erstes gleich Deathfair grabs Grasp Ja Hallo Keine Ahnung Hallo Weil der Darkie einfach geil ist Nein Betten, dass keiner drin und die Gracie zu Das war keiner, ja Fail Oh Weil der Leonard einfach geiles Oh 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 If If I must Oh Könnte da nie machen, eh Warten, ey Warten, ey Ey, Jura Tuckert, sieht ja so scheiße aus Ja, tut er auch Die Stacheln sehen geil aus Keine Ahnung Auf sowas achte ich nicht Die Morgana ist gar nicht so geil Also ich weiß wenigstens, dass sie mit ihrem Schilb die Feine auslösen kann Ja, ist ja wohl nicht so schwer Sowas erwarte ich von der Morgana Ja, ist ja wohl nicht so schwer Sowas erwarte ich von der Morgana A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F A D T F Ja, mal schauen irgendwie meine ulti verlieren wir das im größten fall ja dann lassen wir auf stufe 6 fahren dann tauntest du sie alle und ich hau meine ulti rein diese kate diese kate warum wollte sie nicht tauschen ich finde aber mit kate kann man auch nicht carry nicht im normal ne das ist wirklich das ist ich finde das ist das schlechteste carry meine meinung soll ich einfach mal sagen dass der hardy geil ist mit darky klingt das nicht so toll doch du musst dir das nur vorstellen muss ich im video erst hören ich kenne mich mit der technik leider nicht aus sonst hätte ich das gemacht und diese morgana das ist so gut wer hat doch 70 wins er hat doch 70 wins Na doch so gut Och Och weißt du ein bisschen Viel Ist klar Ist klar Wuschen wir mal ein bisschen Machen wir schon die ganze Zeit Oh die Kretchen können wenigstens Die Lastet hat halt wie so ein Bekloppte Boom Boah willst du mich verarschen da Momo? Piu Oh Gott ey Oh Kalio ist so geil im Ohren ne Hier go 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 Really? Stilte mir das fast plattere da würde ich mich verarschen Krass oder? Ich hab sie so locker bekommen So locker Alter ist doch ein Scherz Danke Schild und so Komm schon Hm Ähm Ja nächste Nächstes Mal Oh Das bist du ja gar nicht Fähne Wie ist er? Ne ich bin leider die Eve Leid Du bist aber nur ein Dreckschamp Ok ich hab meine Ulti Ich auch Ja dann lass ich mal Ja die können nicht pushen alter wenn wir so hart Wenn wir so hart pushen 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 Willst du das Geld haltieren Na ja Oh Ne ne du musst ja Habe ich schon Hm Jetzt hab ich kein Ich hab auch kein Essence bekommen Ist eigentlich traurig Ich weiß nicht du hast meinst TF-Karten Ach ne der ist ja bloß AD Ha 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 Oh warum hast du denn Cod ich auf Hm Tarek gemacht Hätte ich machen sollen Ist klar Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar Alter, dieser Drecks-Tower Zwistet vielleicht hätten die überhaupt keinen Schaden gemacht, aber der Drecks-Tower Ich hole uns einen Höllensäckchen Das habe ich auch erwartet Ein Bezickel Ein Bezickel Boah, ich mache jetzt schon 29,6% des derzeitigen Lebens Bei den Feinden an Schaden, ich meine, das war ja klar Ja, mit deiner Ulti ist eigentlich alles One-Head Quatsch Das sind auch nur 17% von... Ich warte kurz, dass mir nochmal die Mantel Wie heißt das Ding eigentlich auf Englisch? Negatron-Clock? Nein Welches, der ist 740er oder? Ne, der 24er Äh, keine Ahnung Zero Magic Irgendwas mit Cloak, ne doch nicht Ja Äh... Null-Ma... Null-Magic-Mantel Null-Null-Magic-Mantel Oh mein Gott, dieser Amomo-Ulti Alter, wer soll sich da verziehen? Keine Ahnung, muss man da nicht vertreten So... Meine Ulti benutzt, ne? Ja Boah, 52 damage in die T-RF-Karte Nyaum... Dieser Amomo... Und es stirbt keiner außer der Amomo Nice Also der lange Name spielt nicht noch mal mit Weil ich ihm mein Schild noch rechtzeitig gegeben habe, wo ich noch Nusses bekommen habe Oh so viel, so viel damage, so viel damage Die Karten machen echt viel Schade, muss ich sagen Ah, die Kuh von Amomo wurde gut gemacht Dass sie jetzt halt in einer Reihe eingreift Vielleicht wird er nämlich wieder Der Kuh macht viel zu wenig damage Was macht der da? Alter Ja Und was machst du da? Hast du nämlich die Morgana-Kuh getötet? Ja, Amomo Nimm es dir, du... Lol Was hat das hier geholt? Keine Ahnung Ja, sorry Oh, aus Versehen das Healding genommen Ich bin aus... Oh Gott Könnt ihr den nicht töten oder so? Ich bin nicht hochrein Oh, es hat schon so hart schlecht Das ist echt total okay Na gut, ich spür Da macht er so viel Schaden Da macht er so viel Schaden Ach, greif doch mal den Tauhanes Die Dumm Ja, genau Ich kauf mir gleich ein Voter, ey Hm, ich kann das auch machen Ja Ich brauch's aber auch... KATE Oh Gott, ey Warum spielen Leute, oh Gott, ey Maa , komm Oh um ein Oh mein Gott Hu such Hu huu fif Ha Es dauert viel effort, um so zu移ern und in Heels zu移ern. This way. Heave sucked. Das ist krass, wie viel CC und Stannion alles haben, ne? Na gut, wäre ja theoretisch auch. Aber in deren Tower stelle ich mich dann nicht mit meiner Ulti rein. Wuh, war der knapp. Ne, wie sie alles ins Gebüsch schreiben, weil sie denken, ich bin da drin. Ich will jetzt... Boah. LOL! Was war das denn? Was war das? Was war das? Oh, wie geil. Scheiße. Warum? Weil ich gefehlt habe. Warum hast du gefehlt? Weiß ich nicht. Mach ich sonst ja auch nicht. Muss man ja immer machen. Ja, das ist klar. Boah, war das knapp. Stopp. Ich schlag so hart rum. Und die aber noch mehr, ey. 5-0 Shogat. Nice. 5-0 Shogat. LOL. HÄH? Nimmst du. Okay. Ja, wollte ich machen, aber ich war geslowt. Oh, Kate. So gut, Kate. Ich... Alter, wie oft war ich denn gestunnt? Und? Ääääh. Ääh. Ääh. Geh auf GP5. Mhm. Mhm. Ich finde, ich wollte mehr noch. Da doch. Oh, bin ich sichtbar. Komm, mach mich unsichtbar. Weil du dein Weh angemacht hast. Weil du dein Weh angemacht hast. Weil der Hadi einfach kalt ist. Ja, so sehe ich das aber auch. Och, Dark, ey. Ja? Weiß ich nicht. Oh. Der, ja, und so. Der und so? Mhm. Mit den nächsten Minions gehe ich da rein. Spassvolles Leben. Ach, DTF ist so lächerlich schwach. Das ist halt mal DTF. So, Minions pushen. Und dann stelle ich mich mit Ball DTF. Hast du es gerade gesehen? Naja, lass, tauer mal. Hä? Man hat die Dings grad voll nicht mehr gesehen. Die Animation davon. Ja, bisschen mehr stunn, ey. Und helfen. Ist auch mal nice, Caitlyn. Ja, nimm nur shield ihn, Caitlyn. Ist okay. Na, ich brauch's nicht. Mach nur schon. Och, greif doch. Och, Alter. Komm, denk mal echt. Die Leute spielen das erste Mal. Carry. Oh, Gott. Kann's ruhig. Nein. Doch. Dann bin ich wieder. Ich glaube, der TF ist aufgang. Soll er sein. Das ist wieder Latte. Nein, ist nicht. Oh, das ist mein Busch, ey. Mö? Oh, hat der Q den nicht mehr getroffen. Oh, Caitlyn. Das muss man doch alles mit einbrechen, den Mann. Was ist denn das für ne kurze Q-Range? Q-Range. Was ist denn das für ne kurze Q-Range? Oh, das ist der TF irgendwo. Da hinten, da hinten, da hinten. Ja, execute Wichser, ey. Wow. Erbärmlich, ey. Oh, schau mal. X, du! Ist das witzig, haha. Ich muss lachen, haha. Oh, das ist schon. Erbärmlich genug, um das für seine Ulti zu verschwenden. Ja, weißt du, geht doch alle zur Seite, damit ich vielleicht noch getroffen werde. Entschuldigung. Ich weiß ja, Momo. Weißt du, die haben was? Ich bin aber auch zur Seite gegangen. Was? Ich bin aber auch zur Seite gegangen. Egal, du darfst. Was ist denn da, ist ein Renga drin? Hm. Ja, logisch. Ist ja jetzt auch noch was unsichtbar. Da hinten ist er. Ich gebe das auf Q. Gib sie mir. Oh, God. Die hat noch nicht einen mit ihrer Ulti getötet. Ja, danke. Und komm, warte noch einen Stun. Ulti, der Ash ulti. Ja, Ash ulti hat verkackt, würde ich sagen. So. Bisschen. Sorry? Achso. Karte von den Spons. Ja, Alter. Wie wenig Schaden Aveline macht. Das ist so ein Dreckschamp. 2-1-5. Ich glaube, ich schreibe den Supportern und sage denen, sie können mir Aveline wieder wegnehmen. Und dafür würde ich meine Eiflungspunkte wieder haben. Wenn das gehen würde. Geht auch. Drei Dinge kannst du zurückgeben. Okay. Was machst du? Oh. Hä? Was haben wir... Du standest doch vorne im Gras drin. Alleine. Ach, die Ash. Sag, wir können treten. Hä? Wo kam... Hast du das mit der Ash gesehen? Die kam gerade einmal so irgendwie runtergeflogen. Ja, wegen... Shogart. Coo. So. So sah ein bisschen komisch aus. Ja, wieder wie ich keinen Skill-Kill bekommen habe, ja. Danke, Amo, dass du alles stealst. Und trotzdem kein Damage raushaust. Du genauso Kate, ey. Ich brauche mal kurz noch 100 Gold. Dann habe ich noch auch noch. Wenn ich mal nicht bin, äh, nicht da bin, tötet ihr natürlich alles. Ist klar. Irgendwas stimmt da nicht, ne? Soll das heißen, ich behindere euch bei den Gears oder was? Nö, nö. Boah, Kate ist so useless, ey. Boah, guck dir mal, das ist geil, Leute, was ich mir jetzt gekauft habe. Wenn ich 100 Millionen mal gestunt werde. Dann kaufe dir doch lieber einen Quicksilver-Schaub oder so. Nein. Warum sollte ich? Gibt er keine AP? Jetzt hat er mal nachgeguckt auf das Item, ob es AP gibt. Hm? Hm. Ich weiß nicht, es ist nur Magic, was es ist, unter dem es Stundings gibt. Oh, der Ammo, Alter. Ich will endlich mal eine geile Ulti setzen können, aber das kriege ich einfach nicht hin, weil wir da oft in der Bauern sind. Oh, was macht die denn die ganze Zeit? Ja, weißt du, jetzt geht der TF auf AP, willst du mich verarschen? Ja. Das ist ja schon. Das ist ja da, da ist noch ne Morgada! Ich stolt. Ich stehe dir. Ich stehe dir. Irgendwann. Mein Gott, diese, äh, Catelyn. Äh, shh, Catelyn. Oh, Gott. Thank you! Ich kann nichts, aber ich dank dir einfach mal! Oh, nicht dann. Greif doch! Greif doch! Oh, 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 oh! Der Shogat ist wirklich gut, der Shogat ist wirklich gut, aber die Cat... Was soll ich mir jetzt mal gucken? Ich hab keine Ahnung. Unrealize? Ja! Oh, Gott. Wie lecky... Wie lecky kann man sein, ne? Schrei doch mal nicht so rum. Ich würd nie rumschreien. Nie. Nein, nie. Nee. Ich, ich kann Galio hier relativ gut spielen, so. Für meine Verhältnisse, ne? Aber ich hab keine Ahnung, was ich mit ihm kaufen muss. Magiere, ja, Magiere ist denn... Void Staff rabbert uns. Naja. Ja. Was macht dieser Amore-Moder eigentlich die ganze Zeit? Fliziden, genau. Man merkt, dass du nicht weißt, was du kaufen sollst. Was würdest du denn mit dem Ruby Crystal kaufen? Äh... Schneider Todeswehe. Achso. Ja, ist natürlich auch gut. Doch. Äh, ja. Genau, den musst du dir kaufen. Ja, please more, weißt du. Ich hab dir mal die Ulti abgefangen, ne? Danke. Nein! Wie ist die da denn jetzt rausgekommen, will die nicht verarschen? Ja. Boah, das ist jetzt ein APTF. Ja, bitte mehr Schaden. Hm. Weil der Ring ja so dreckig hochgehen, ne? Gott, diese Catelyns. Und sie ist tot. Sie ist tot. Ja, und jetzt kommt die Barrier. Wuuuuh. Sie macht keinen Schaden mit ihrer Kuh. Oh. 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 Man, anstatt die ganze Zeit ihr Mana zu wassen, sollte ich vielleicht mal hingehen und Auto-Hits machen. Die machen nämlich wesentlich mehr Schaden. Oh. 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 Ich brauch kurz 40 Grund. Oh. 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 Was machst du denn da? Oh. Der Ammo ist so schlecht. Geht, ne? Ja, er ist Amomo, so. Er tankt einfach alles weg. Boah, what?! Warum liebst du dich denn? Ich stell den Speed-Buff nochmal. Ich wollte schon sagen, warum bin ich so so schnell? Shit. Ah, Alter, wie schlecht ist denn die, bitte? Oh, Fail. Nice! Wuh! Ich dachte, da stehen noch mehr in den Mund. Aber nein, natürlich nicht. Ich mach dir mal eine Drecks-Rudio. Der Amo. Oh, was macht er? Oh. Uh, noch kann sie mich nicht sehen. Oh, sche- Ah, verpisst euch! Ja, ich hab vier Ultis gefressen. Dann mach mal zwei draus. Viereinhalb, drei, drei Viertel, 27, 23. Lauf doch, Caitlyn! Alter, wo... Hä? Wir sind die jetzt verreckt. Durch die Ulti, weil die Feinde dumm sind zu verteidigen. Sorry! Sorry, ich kann nicht linke und rechte Maustaste benutzen! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hm, gar nichts. Ach geil, die Wurfe zerteidig doch mal, ey! Willst du mich verarschen? Also normalerweise steht noch ein Carry neben mir, der sich locker besser abhalten kann oder so. Oh, 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 ich mach das schon. Da stand noch einer. Ja. Ich glaub, ich bin nicht wahr. Nee, also, äh, leider nicht, ne? Noo! Alter, wie schnell du einfach bist, ne? Ja, genau! Gute Kat. Gute Kat, muss ich sagen. Alter, die wurde sofort abgebrochen. Wollt mich irgendwie verarschen? Alter. Der Shogat ist der einzig Gute in dem Team. Bin ich alleine? Nee. Ja, doch, bist du. Nee, der Amomo steht da oben. Nee, der Amomo ist da nicht. So. Mit 82 AP ist der... Hast du vergessen, den Tim. Echt, ja, EVE ist so useless. EVE ist so dreckig, useless. Friest du früher, könntest du wenigstens noch... Weckdunnel alles. Aber nein! Die müssen ja jeden Stealth runter machen. Ich hab 515 AP und mach nichts an Schaden. Ich hab 515 AP und mach nichts an Schaden. Galeo. Galeo. Du Bob. Äh, Galeo. Echt, mach chill einfach mal rum. Ne, ne Runde. Nee, das kann ich bei... ...so ne... ...andemonisch. Boah, so gute Carries, ey. Boah, so gute Carries, ey. Boah, so gute Carries, ey. Ist doch ein Witz, ey. Du musst mal auf die Dings gehen? Auf die... ...Morgan? Obwohl nicht, ne. Sie ist hier umgedreht. Mal laufen. Bin ich da durchgelaufen? Oder war das die Dings? Die To... Gott. Ja, das warst du. Ashtruck für Kill, ne? Was? Ashtriple Kill. Hm, ja. Mal klar. Boah, Amu 62 AP. Boah, ist das krass. Ich hab einen Schaden an den der macht, ey. Ist so gut. Ja. Wird hier echt immer neidisch, ey. Wird nicht. Zwei auf! Mein Gott, bin ich gut, ey. Hm. Ich brauch 5-7. Die Items von Renga. Ich würde ihn auf der Map ja auch AP spielen. Das ist so lächerlich. Wooh. Hier ist, wo ich... Ich würde ihn mit dem personalized zu verlieren. Wuuuh. Loh. Einfach mal 1000 Schaden. Halt die Fresse, Morgana. Echt. Ich merke gerade, ich habe nichts einmal hier Resistenz. Hmm. 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 Verkauft dieses komische Moonflare wieder. Ah, wirklich? Okay. LOL. Hast du die Ulti gerade gesehen von Ash? Nein. Die ist nicht zu uns runter geflogen, sondern die ist nach rechts geflogen. Ich habe zu euch geguckt, aber gerade woanders hin. Also bei mir. Du hast zu uns?